Es ist wieder soweit. Hin zum Oktoberfest Köthen. Am Freitag mit Partyband Bayernman und Stargast Antonia aus Tirol. Am Samstag mit Bayernman und Special Act Tim Toupé. Am Sonntag Frühschoppen mit den Spielleuten Gernrode, Bernburger Spielmannszug und andere, sowie DJ Heiko Beck. Zum Oktoberfest Köthen vom 22. bis 24. September in der HG Arena. Präsentiert vom Autohaus Eifler in Köthen.